Warten. Leute. Geh mal kurz her. Ich weiß nicht warum. Du musst immer hier oben aufpassen. Du bist im Internet sehen. Verwende deinen Echo, wenn du die Stream beenden möchtest. Das ist kacke so. Ist das jetzt live oder was? Jetzt sind wir live wieder. Guck mal. Jetzt sind wir wieder da, aber... Aber ich hab Angst, dass der Stream wieder abbricht. Wenn der Stream die ganze Zeit abbricht, macht das ja keinen Sinn. Dann macht das hier mit dem Stream keinen Sinn und dann müssen wir halt hier ein normales Video aufnehmen. Weißt du, als normales Video. Ja. Leute, seht ihr da? Ja. Ja. Es sind einige da. Leute, wenn der Stream jetzt nochmal abkackt, dann weiß ich nicht woran es liegt. Dann wird kein weiterer Stream mehr kommen und dann wird morgen ein Video hochgeladen um 12 Uhr. als Pack Opening, weil da muss ich mir das morgen mal angucken, woran es liegt, dass ich jetzt nicht online gehen kann. Weil der geht immer wieder offline. Keine Ahnung wieso. Aber egal, wir öffnen erstmal ein weiteres Pack hier. Und mal sehen, was rauskommen wird. Wieder kein Inform oder Walkout. Es ist... La Lerna. La Lerna. La Lerna. Ist der was wert? Ist der was wert? Wie viel ist La Lerna wert? 2 oder so. 2.000 nur? Warum so wenig? Besser als gar nichts. Warum ist La Lerna so wenig wert? 1.5. Dann stellen wir ihn nochmal für 1.5 rein. So. Okay, der Rest kann alles weg. Ey, wir brauchen auf jeden Fall... Dankeschön, Hassan. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt mal hier eine geile Karte. Mann, wo sind die Walkouts, Junge? Wo sind die kranken Karten? Gib mir Gabi. Gabi. Du. Was ist das? Gabi. Kolarov. Rogo. Guck mal, alles Müll. So, mal sehen. Wir wollen Hazard, oder? Oder Messi. Hazard. Messi. Oh, eine etwas dickere Sternschnuppe. Isco. Ist Isco was wert? Ja, besser als Abschluss auf jeden Fall. Ja? Musst du reinstellen auf jeden Fall. Besser als Abschluss auf jeden Fall, hast du recht. Haben wir hier, wieviel, 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 wieviel? Zack, 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 zack. Ey, wo bietet denn jemand jetzt, ja? Meifert 3. 3. Leute, wäre auf jeden Fall nice, wenn die Zuschauer, die drinnen sind, auch den Stream liken könnten. Das wäre ein bisschen Unterstützung. Wir fangen ja hier ganz, ganz klein an. Also, wer geliked hat, bitte einmal like in die Kommentare. Ich möchte genau 9 Kommentare lesen, die like schreiben. Mach mal hier Dings. Was, Pabon? Guck mal kurz. Nein, Pabon ist nichts wert. Guck. Neun, nein. Ich dachte, wir sind SPC. Ne, ne, weg. Der Pabon, der ist nichts wert. Oh, okay. Nochmal, Hassad, das muss ein Zeichen sein. Das muss ein Zeichen... Nichts. Ich glaub das nicht, ja? Die geben mir so einen Dreckpack. Zieh mal einen 7,5er. Einen, nein. Doch. Boah, hier könnte was wert sein, oder? Weiß schnell. Ja, ich stell ihn rein einfach. Der ist nichts wert. Scheiße. Uh. Der ist was wert, oder? Der spielt bei... Oh, ein bisschen... Na, na. Ich stell ihn einfach rein. Dann gucken wir, was passiert, oder? Das ist auf jeden Fall... Mach mal weg, Alter. Alles weg? Okay, okay. Komm, komm, komm. Oh, Junge. Wieso, wieso wieder eine etwas größere... Die war größer. Es ist hart. 84. Ist hart was wert? Ja, 1.000, 2.000. 1.000, 2.000? Zack, zack, zack. Ja, Junge. Das ist ein bisschen... Was für 1.000? 2.000? Wird so 2.000 oder so verzählt. 2.000 glaubst du? Dann stelle ich mir auf die 2.000 rein. Guck mal, Forsberg und so. Die müssen alle was wert sein. Wer muss was wert sein? Die ganzen Nonrash-Spieler eigentlich. Kann man locker für 400, 500 weggeben. Die gehen auch so viel, 300 weg. Ja, das ist doch... 2.000. Hier, der könnte ein bisschen... Weil er ist halt dumm. Ist ein guter kolumbianischer Torwart. Okay, er ist nichts wert. Ich glaube es nicht. Komm schon. Die Maria. Die Maria. Nein. Troll. Einfach Troll. Troll drum. Wie hieß der nochmal? Tornstra. 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 Den kenn ich auf jeden Fall. Er sagt noch, wie hieß der auch. Clay Griffiths ist gut, aber... Wilson? Guck mal, seine Werte an den Junge, wie schlecht. Aber... Was? Der ist gut wert? Der ist 600. Boah, er sagt gut. Ich mein, für den Silber-Spieler? Nein. Natürlich. Wilson? 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 Oh, wir haben eine dickere Sternschnuppe. Es ist... Oh, Wertongen. Oh, alter Weiler. Oh! Der muss 10 wert sind, ne? Oder 5 wenigstens. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn ein bisschen was wert wäre. Wir brauchen die Coins. Oh, komm schon bitte. Und? Ja, man, das reicht. Aber wir gucken. Also 5 bis 10 ist schon drin. Wir gucken aber, wir brauchen ein Gebot. Mach einfach so sofort rein. Wie es ist. 8,1. Aber guck mal, 8,1 kannst du schon verkaufen. Kannst für, guck mal, 9,8, 8,1. Mach 8,5. Sofort. Ja, sofort 8,5. Klingt auf jeden Fall gut. Alter Weiler. Ja, Mann, das ist der beste Spieler bis jetzt. Ein 85er Spieler, aber wir brauchen hier natürlich was besseres. Da ist noch ein Silberspieler. Ah, ne. Kannst du vergessen. Soll ich trotzdem nachgucken? Ja. Selbst wenn er 500 wert ist, 7 wert wert? Nein. Okay, ist nichts wert. Alles weg. Alles weg hier. Alles weg. Alles weg. Alles weg. Schrott. Zimmer 1. Wo sind die Walkers? Ein normales Pack? Vielleicht. Aber ich weiß nicht, lohnt sich das. Lohnt sich das? Schrott weg. Oh, guck ich mal nach. Van Dirk? Und Saul auch. Saul doch nicht, Mann. Oh, Van Dirk 3,4. Warum so 4, verstehe ich nicht. Weil das ein Upgrade ist. Ja? Guck mal seinen Wert an, Junge. Die sind nicht so sick. Natürlich. Okay, doch eigentlich schon. Macht Saul und, Saul und Dings, Bernhard eigentlich auch. Warum soll Saul 4 wert sein? Weil er gut ist. Nein. Doch. Ich bringe Non-Rest und 300 Abstoß. Also wenn er so 500, 600 kostet. Okay, warte. 300 Abstoß, sagst du. Er kostet. Sag ich doch. Er ist schon 1000 wert. Okay, ich stell ihn rein, ja. Ganz normal. So. Der Rest kann alles weg. So. Du willst jetzt ein normales Set öffnen, ja? 7,5er. Sicher? Okay. Hier ist ein 7,5er. Geh mal nach Hause. Ja, die anderen Picks sind auch scheiße. Geil, nimm mal diese Verträge und so. Ja, die Verträge kann man auf jeden Fall mitnehmen. Eigentlich brauchen wir auf jeden Fall Verträge. Ja, mach ihn rein. 500. 500. 200. 200. Wow. Ein bisschen so viel. Ja, Mann, Alter. Aber... Nimm mal E-Shadow. Ja. E-Shadow ist gut. Wir haben 60.000 jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall. Ja. Wenn wir brauchen einen einzigen Spielern. Ich muss einfach einmal klacken machen. BAM muss es einmal machen. Komm, ein muss es BAM machen. Geht doch nicht, ja? Du öffnest solche Packs, Alter. Oh, ich dachte... Gib mal kurz... Mach Kinyos, warte, ich bin kurz reicher. Er ist bestimmt auch was wert, oder? Ja. 1,2 oder so. Muss ja wert sein. 1,9. 1,9 ist ja mehr. Ich stelle ihn für 1,9 rein. Mh... 13 Zuschauer. Wird mehr auf jeden Fall. Okay. 1,9. So. Glaubst du, Moja ist was wert? Mh... Ja... Nee, ist nichts wert. So, wir gucken uns noch kurz mal die Silverspieler hier an. Warum hat der so eine Rash-Card? Verstehe ich nicht. Hä, warum ist der so viel wert? Björn. Wie? Ein Pick gönne ich dir. Aber wir haben gleich gar keine Points mehr. Wir haben nur... Jamez, du lappen. Eine größte Kacke gezogen. Jamez, du lappen. Okay. Gehen wir jetzt hier. Warte ich mal noch einen. Dann habe ich, aber ist mir egal. Oh, wir haben keine Stelle. Das heißt, wir müssen jetzt ganz normale Picks öffnen. Ja, mussten wir sowieso. Mach mal Foot Draft. Ne, wir spielen gleich Weekend League. Junge, geh mal weg jetzt. Was willst du, Mann? Wir haben einfach keinen Lager. Wir verkacken, ja. Wir brauchen ein paar Fitness-Karten. Nimm mal die Verträge uns auch, Mann. Ich habe genug Verträge. Die können wir verkaufen. Ein bisschen Money machen. So. Komm schon. Der war aber ein bisschen langer, ey. Naja, das hat nichts damit zu tun. Miranda. Oh, das wäre auf jeden Fall... Oh, geh hoch mal seine Werte. 55 Tempo. Den muss man schon anzeigen, für seine Werte. Und hier, der könnte hier... Was ist wert sein? Wir nehmen mal eine zweite Liga. Ja. Ja. Maestro. Ist nichts wert. Ja, mach. Weg an's. Okay. So. Okay. So. Hä? Ist wieder offline, nein, oder? Wieder verbinden. Ich glaube nicht, ja. OBS fackt immer ab. Deswegen. Weil OBS immer ein bisschen schwach ist immer. Guck mal, Streaming Fortgesetz steht da. Ja, ist schon drin. Okay. So. Ey, ich glaub das nicht. Ich glaub es nicht. Guck dir das an. Nicht mal in Chemistries time. Nicht mal nix. Nix. Hazard gibt jetzt Messi. Ich glaube, wenn so heftige Spieler sind, geben die extra nicht, oder? Ich glaub auch, ja. Also. Kommt mir manchmal so vor. EA. Schreib mal EA, gib mir was. Komm schon. Oh. Rose. Ja, Rose, aber er ist auch nix wert. Doch. Rose. Ähm. Ich stelle ihn für eins rein. Rose. Rose. Rosey, Rose, Bose. Rose der Bose. Rose der Bose. Rose der Bose. Was haben wir hier jetzt? Komm, du lädst lange dann? Na doch immer lange, Mann. Ich glaub das nicht, Mann. Was soll das? Not rare. Not rare. Damian. Damian. Hau ab. Hau ab. Hau ab, Damian. Oh. Er sagt, hau ab. Er kostet 1,9. Das macht zwei einfach. Hä? Nein, ich mach 1,9. 1,9 ist ja schon höchstgebot hier. Abstoß. 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 Komm schon, komm schon, komm. Mein Gott. Oh. Mein Gott. Guck mal, der Typ. Quartado. Ja, warum muss das wert sein? Quartado war so. Er hat doch früher Bundesliga gespielt, wa? Mhm. Bei Leverkusen glaub ich. 700. Kannst du abstoßen. Aber hier, wir haben hier. Oh, Münzen. Guck mal, wir haben's. Boah, ist unser bestes Pack das jetzt. Unser bestes Pack. Wie teures Hazard? Welcher? Der normale. Ich glaub 180 oder so. Boah, der hat ja 100.000 Coins schaffen wir auf keinen Fall nochmal hinzukriegen. Fellahini. Was soll ich mit Fellahini? 2.000 reinstellen. Wie teuer, wie viel ist er wert? 2.000. Wer ist er wert? Man, das gibt's nicht, ja. 1, 3. Ja, 1. Fellahini, du Wichser. Du leidigst ihn einfach. Hier, das ist aber auch das wert. Nein, ja, nichts. Ey, natürlich bist du blöd. Das ist doch nichts wert. Scheiße, ich dachte, das wäre was wert. Ja, Leute. Das war's. Das ist nicht meine Info, nicht mal ein Walkout. Einfach nichts. Oh, Raffinja. Raffinja. Aber ist er was wert? Das ist die Frage. Also gut. Und wenn was wert ist? Es kommt so viel besser, du, auf der Position. Er ist natürlich nichts wert. Ja. Ja. Du hast einen Toast rein, oder? Nein, ich mach Schluss. Hä? Ja. 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 Ich würde dann gucken, was wir kaufen wollen. Ich weiß jetzt. Was willst du mit 90 Euro? Alexandro, Bonici und Dings. Ja, aber das bringt ja, wir müssen jetzt schon das ganze Team sozusagen fertig haben, bevor wir irgendwas kaufen können. So Leute, was glaubt ihr, wie werden wir dieses erste Spiel? Das ist das Weekend League, was du gemacht hast? Ja, das Weekend League. Ja, alle drei. Kann man auf jeden Fall sagen, alle drei. Siegpflicht. Okay. Ja, was für Packs Trader ist mir noch hier. So, mal gucken jetzt, ob wir hier vielleicht, oder, da ist er mir schon hier an den Fersen dran, du. Zack. Zack. Komm. Oh, schade. Özil macht den da nicht. 2-1. 2-1. Für. Oh, das ist auf jeden Fall nett. Nein, der Pass könnte gefährlich. Komm, komm, komm. Kante. Komm, komm, Kante. Da sind wir doch. Mann, ich hasse es, wenn der Gegner so extrem, extrem druck macht. Ja. Komm, 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 komm. Das ist der Kante, du. Einmal in die Mitte. Und jetzt nochmal, komm, der Lange durch. Wer war das gewesen? Schieß der Lange. Der ist drin. Der ist nicht drin. Mit rechts, Junge. Hey, ich hab doch ein lange Eck geschossen, was willst du denn? Mit links aber. Jawohl, wie soll ich denn einstellen, dass er mit rechts schießt? Okay. Erklär mir. Ey, hast du gesehen? Ich weiß, hast du es gerade gesehen? Was der gemacht hat? Ich schäupe einfach Ball, ja. Wer war das? Das war bestimmt Dembele. Das war nicht Dembele. Stell mal ein, dass man die Spielernamen sieht über deinem Ding, nicht dein Accountname. Komm, warte. Oh. Ich muss mich kurz konzentrieren, du kannst ja die Kommentare lesen. Er sagt, wärst du ein FIFA YouTuber, würdest du Pac-Trader kennen. Und der andere sagt dann, das Ding ist, keiner kennt ihn. Haha. Vielleicht bist du ja selber Pac-Trader, weißt du? Kann auch sein. Kann ja alles sein. Ey, wer ist dieser eine Spieler von ihm da, der mich die ganze Zeit einholt? Das ist Valencia. Ist ja so schnell Valencia? Frage ich mich gerade. So, ganz normal. 85 oder so. Warte mal. Komm jetzt. 30K-Team mit Müller? Wie soll das gehen? Nein, er hat mich beim Lauf gestört. Obwohl doch würde gehen, warum nicht? Welcher Müller? Thomas Müller? Warte mal. Moin, Moin, Jusi. Wer ist das? Keine Ahnung. Live-Boss. Hallo, Live-Boss. Ey, 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 warte, warte. Nein, 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 nein. Oh. Wuh. Habe Müller schon. Thomas. Thomas Müller? Für 30.000? Nein, er will ein Team um Müller herum, was 30.000 kostet. Hast du, aber Müller ist nicht in diesen 30.000 mit eingegriffen? Nein. Nee, nee. Ja, ich kann dir eigentlich eins machen. Ich kann sowas. Kannst du dir mal... Kannst du dir heute mal fragen, was euer bester Spieler in eurem Team ist? Also würde mich mal interessieren. Euer bester Teamspieler. Warte mal, ich muss ihn erstmal hier ganz kurz... erstmal vernichten. Oh. Guck mal, wie er mir hier ankommt mit seinen Drecksdings hier einfach raus. Komm, William, nimm den an. Ey, Wadi läuft wieder nicht, ne? Obwohl wir eingestellt haben, dass er laufen soll. Er läuft nicht. Kannst du auch mit L1 nochmal schicken, extra. Hast du die Gretchen gesehen? Ja, Mann. Die waren nice, wa? Ich schicke die immer mit... Oh, jetzt aber komm, 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 komm. Ich schicke die immer noch extra mit L1, aber irgendwie... Manchmal laufen die manchmal nicht. Das ist sehr seltsam. Wann kommt wieder ein Video mit Mert Matan? Wir wollen demnächst spielen. Warte mal. Ich bin durch, bin nicht durch. Wester, Wester. Smalling, okay. Okay, warte. Ich versuche mal die Flanke hier. Oh mein Gott. Oh. Er spricht den Torwart an, hast du gesehen? Er gibt dem Torwart einen Flugkopf. Achso, das kann man ja danach kurz zeigen, wenn dieser Team... Was für ein Team? Die haben wollten mit 30k und so. Ich weiß ja nicht, was der eine wollte. Er will einfach nur ein Team mit 30k, aber ich mach dann einfach kurz, oder? Bei Dream Squad, schnell. Komm, wir mal gucken. Ich weiß schon auswendig. Ja, ich bin nicht durch. Nein! Da kommt die... Und 130k Team Aufruck, zwei Leute wollen was. Warte, warte, warte. Das Ding ist... Oh mein Gott! Spielt einfach. Welche Formation wollt ihr, ist die Frage. Sechsen... Mein bester Spieler ist 96 als Ronaldo. Ja, deine ist 96 Ronaldo. Wir können ja Accounts tauschen. Ja, lass Accounts einfach tauschen. Ja, lass Accounts einfach tauschen. Er sagt, ich dachte, du hättest streiten mit Mert. Nein, ja. Nein, warum will ich streiten mit Mert dann... Ey, was ist das, Mann? Ist doch faul, ja! Mhhh! Schiri! Ich will diese Weekend League mindestens jetzt mal Gold 1 kommen oder so. Dann musst du dich jetzt schaffen. Ich will das jetzt... Guck mal. Ist doch wieder faul, Mann. War nicht mal faul. Hast du gesehen? Guck mal, er bleibt sogar stehen, weil er dachte, das ist faul. Hast du gesehen? Ja. Wie heißt Yuzi auf PS4? Vielleicht können wir zocken im FIFA 70. 100k Team, 4-3-3-3. Warte, 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 warte. Ganz kurz, ganz kurz. Irgendwann, ich hätt auf... Ich hätt jetzt wirklich... PSN will er wissen. Ja. Wie heißt ich da? Yuzi, Yuzi 94. Steht hier über den Spielern. Ja. Ey, seine... Weißt du, was das Problem ist? Er rückt... Guck mal, jetzt wieder so ein Speed Bug. Siehst du das? Ich komm da gar nicht klar. Das... Das Problem ist, er rückt mit seinen Spielern so heftig raus. Das ist kein Abseits. Oh nein. Aber er rückt die ganze Zeit raus. Ich müsste auf Konter stellen eigentlich. Aber... Ey, ich schwör's, ich war da. Aber meine Abwehr reißt extreme Lücken. Ich reiß irgendwie extreme Lücken. Deswegen würde... Schwache Video Ausgabe? Wieso? Okay. No. Okay. Es ist nicht... Es ist nicht auf. Es ist grad irgendwie schwach, aber... Hey, er ist immer seine Verteidigung immer da, ja. Unglaublich. Der Angriff ist nicht mal gut, aber seine Verteidigung ist wirklich... Guck mal, siehst du wie er Druck macht die ganze Zeit? Was kann man gegen diese Druckmacherei machen? Siehst du das? Er kommt die ganze Zeit raus. Also kaum... Ich hab nicht mal Zeit zu reagieren. Wenn er sowas macht. Klar? Dann muss ich wirklich von außen kommen. Geh die ganze Zeit mal links oder rechts einfach. Mit Depay und Willi. Dagegen kann ich nichts machen. Dagegen kann man nichts machen. Stream auf Hauptkanal. Nein, auf Hauptkanal wird kein FIFA mehr kommen. Aber... Dagegen... Guck mal, das lässt auch noch laufen. Also was willst du dagegen machen? Na, guck mal, Courtois kommt da nicht mal ran. Ich glaube, das ist... Das ist jetzt kein gutes Spiel geworden für mich. Hm... Wir versuchen mal über Ecken zu kommen. Und jetzt einfach Flanken, sagst du? Soll ich die Flanken bringen oder soll ich die kurzen Pässe reinbringen? Also die langen Pässe? Wie gut, Flachen. Flachen? Spielt man die einfach so normal rein oder... Muss ich da noch irgendwie zur Mitte ziehen dafür? Ne, flache Flanke entweder einfach. Ja, flache Flanke. Dann versuchen wir das mal. Du musst halt gucken, ob jemand da auch in der Mitte steht. Siehst du das? Da ist einfach kein Dings hinter. Also ich komm da einfach nicht an. Und dann sowas, ja? Sei mal ehrlich, was willst du dagegen machen? Sei mal ehrlich. Ich weiß nicht, ja... Ich muss... Ich... 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 Das fing schon nicht mal gut an. Ich hätte mich mal warm machen sollen, ja? Hm... Ja, guck mal. William läuft so geil jetzt. Schießt ihn jetzt rein, Junge! Spiel ab! Bringen wir ihn einfach mal so rein. Und was macht er für einen Kopfball? Ja, ich glaub das nicht. Aber wir haben schon mal krassere Spiele gedreht. Ich hab grad richtiges Anti-FIFA-Momentum. So wenn gar nichts läuft. Äh, die sind... Wieder Speedback. Ich... Tschüss. Ich raste aus, ja? Ich hasse das wirklich, wenn... Wenn ein FIFA-Tag so anfängt, kann man nur ausrasten bei sowas. Es ist einfach nur Ausraster pur. Willst du noch zu Ende spielen? Ja, ich spiel zu Ende. Auf jeden Fall. Oh, die Coins. Ich mein wegen mir. Ich mach Einsärmung bei mir ist. Nein, nein. Wäbchen holt. Damit ich mich aufhören, Mensch. Guck mal jetzt. Wie das Speedback... Wie willst du denn da durchkommen, wenn der... Digga, habt ihr 10 Abwehrspieler und 15 Dings oder was? Junge! Siehst du das? Schieß einfach mit dir bei. Junge! Schon wieder! Schon wieder vor ihm. Hast du gesehen? Und jetzt... Ey, ich... Ich schwör's dir, ne? Das ist nicht normal gerade. Ich schieß grad zweimal meinen eigenen Spieler an. Los, William jetzt hier, Mann! Junge! Sei mal ehrlich, ja? Ja, ja. Ein Tor, ein Tor, wow! Aber es ist schon meine wievielte... wievielte Chance? Du musst... Ach, der Maul jetzt ist los. Will ihr ein Rennen doch, Mann! Du musst doch mal rennen! Ja, komm, 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 komm! Okay, der Pass war wirklich meine Schuld, den hätte ich nicht so zurückspielen müssen. Aber davor... Und... Piss dich! Guck mal, ey! Ich tackle ihn weg und schon ein nächster von ihm ist da. Und jetzt... Ist einfach nur wirklich... Er hat zwei Longshot-Tore gemacht. Zwei Longshot-Tore. Nein, da konnte ich nichts anders machen. Ist doch einfach... Nein. Pombardi. Du... Ich... Sei mal ehrlich, ja? Hast du das? Die wievielte Chance ist jetzt? Ich hätte schon locker Ausgleich sein müssen bei... bei so einen Dings. Ja, man hätte nicht vorgehen müssen, ja? So ein... Wann macht er Longshot-Tore? Ich glaub's nicht! Er macht Longshot-Tore! Guck mal, was das ist! Seit wann macht man bei FIFA so Longshot-Tore? Hast du erst... Der Ball ist noch drin im Spiel. Guck mal, er schießt jetzt nur noch rauf. Und meine Spieler laufen auch nicht. Nein. Nein. Er red's nur noch der Wegste. Du mal den an, ja, lauf einfach. Rote Karte, jawoll. Glaubst du rot? Muss. Was? Einfach... FIFA... FIFA... Unser erstes Spiel, äh... Achmed? Muss man mich denn jetzt reinmachen? Das ist mir ein Eiferstraut. Der geht jetzt rein. Okay. Unser erstes Spiel. Aber es lief extrem seltsam. Der Typ macht zwei Schüsse aus einer Distanz, die so weit ist wie... Kambodscha, Alter. Fris den Jungen. Und gewinnt das Spiel ohne Sinn. Also zwei Schüsse macht er zwei Longshot-Tore. Ich hab deutlich überlegener gespielt, muss man sagen. Aber das ist FIFA, was soll man machen? Egal, spiel mal du dein Spiel in den ersten. Wenigstens Zetter tut jetzt auf jeden Fall den Sieg raus. 100%ig. Wir haben auch paar neue Leute da. Paar neue Abonnenten. Sind jetzt hier paar Leute, die noch nicht abonniert haben? Auf jeden Fall ein Abo wäre nice. Aber ich denke mal, jeder hat abonniert von den Zuschauern. Mach mal, spielen wir jetzt. Mach nicht dieses Squatbilder. Spielen. Ich will jetzt einen Sieg haben. Ich will einen Sieg. Gibt's doch nicht sowas, ja. Einfach, er macht zwei Leute, er macht zwei Schüsse aus einer Distanz. Ich schwöre, diese Distanz ist länger. Und breiter als meine Zukunft. Und dieser Ball geht rein. Ohne Sinn. Unglaublich. Ach, 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 ach. Diese Weekend League bringt mich um. Das Schlimmste ist, Leute, bei FIFA, wenn ihr merkt, ihr merkt schon in den ersten paar Minuten... Und dann gewinnt der Gegner einfach. Also, Pepe, was meinst du mit Team? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ja, Tuka hat gewonnen, auf jeden Fall nice. Wie viel? Wie viel? Oh, er hat den 6... Oh mein Gott, guck mal, sein Sturm an Sanchez. Sanchez da ist Suarez. Und... Oh, Griezmann und noch den 86er. Oh mein Gott, Leute. Erstmal... Ich rasier ihn. Erstmal dieses Team, Alter. Ich rasier ihn. Glaub dir, er wird gewinnen, bitte. Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mal, ob Gorilla Sedat gewinnen wird. Ich bin jetzt auf jeden Fall extrem gespannt, Leute, ob Gorilla Sedat gewinnen wird. Oh, wer hat da Pause gedrückt? Ich glaube, er will schon, dass du aufgibst. Da hast du erstellt um. Scheiße, Alter, ein 86er Team. Äh, Team sag ich, ein 86er Kante. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ihn mal jetzt ganz kurz. Ähm, Team Team Bauen. Pepe, ich weiß nicht, was du mit Team Bauen meinst. Also, wir haben schon ein Team. Wie haben wir das englische Team? Achmed sagt, der wird verkacken. Und Moritz sagt, du wirst gewinnen. Also, wir haben hier einen ganz klaren Achmed vs. Moritz Fall. Ein ganz klarer, typischer Achmed vs. Moritz Fall. Wer wird gewinnen? Achmed oder Moritz? Wer hat richtig gesagt? Ja, nochmal für mich. Moritz war für dich. Moritz. Okay, also gut. Ich werde ihn rasieren. Handicap. Handicap. Ey, Leute, das größte Handicap hatte ich auch schon mal gehabt. Da habe ich gegen einen gespielt mit Tottis. Ich habe 2-1 gegen ihn verloren. Er musste sogar gegen mich Zeitspiel machen. Unglaublich. Bist du gut eigentlich in der Defensive so? Ja. Ist deine Defensive stabil? Ja. Deswegen hat er keine Chance mit Suarez. Ups, lauter reden Sie da. Deswegen hat er keine Chance mit Suarez. Und das ist schon mal ein vielversprechender Angriff. Oh, aber der kommt noch. Der kommt noch. Oh, da sehe ich. Oh, du hättest direkt durchstecken können. Und? Oh mein Gott. Der geht rein, Leute. Der geht rein. Der geht wirklich rein. Also okay, Respekt. Okay. 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 Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ach. Mit Suarez kann man mich nicht beeindrucken. Okay. Wir haben ein paar neue Abonnenten am Start. Danke, dass ihr abonniert habt. Ein Like auf den Stream wäre auf jeden Fall auch noch nice. Mit Suarez. Kante klärt schon. Okay, okay. Oh nein. Der könnte rein. Oh nein. Da war aber nochmal der letzte Mann. Courtois war da nochmal ein. War da nochmal ein. Suarez ist eine Flasche, Mann. Ich habe, oder? Ich glaube, deine Ecke nochmal. Du hast ja rausgekippt. Ich hasse das immer. Diese kurzen Ecken. Das ist so nervig. Der kommt gut. Aber wieder einmal dein Mann in Not. Oh. Oh mein Gott. Wenn der reingegangen wäre, ne? Man sieht nicht, welcher Spieler am Ball ist, ja? Weil du das nicht eingestellt hast. Das ist doch egal. Jeder Spieler ist doch gut bei uns. Na, ich muss sehen, wir haben Ball deswegen. Starker Fuß und so. Das ist so. Damit ist schon... Das ist jetzt Borca. Vorher weiß. Borca läuft. Nein, du kommst nicht durch. Oh. Oh mein Gott. Hast du ein Glück? Das ist erzwingen. Erzwingen, sagt er mir. Man muss sein Glück auch erzwingen. Hä? Ey, der war doch eigentlich... Pass auf, pass auf nicht, dass er durchsteckt. Er kann durchstecken. Was machen die? Er kann durchstecken. Ich schwöre, er läuft einfach raus. Ey. Mein Gott, Leute. Was ist hier gerade passiert? Hast du gerade gesehen, was der einfach... Kann man uns angucken? Nein, war? Moritz, also du hast noch nichts... Guck mal, der eine sagt, du wirst 2-1 gewinnen. Also du hast jetzt noch die Chance ein Tor zu machen. Warte mal, ja, warum... Ich verstehe nicht, ja. Der ist einfach rausgelaufen gerade. Ah, ich hab meinen Controller gar nicht eingestellt. Ah, Leute, wir spielen noch mit verschiedenen Kontrolleinstellungen. Ich wundere mich schon, ja. Und er hat... Also ich bin mit einer anderen Einstellung als er, deswegen... Junge, ich sag schon, was macht der da? Er läuft einfach raus. Du musst ihn über den C, glaube ich. Oder? Mach auf C. Ja, aber komplett falsch. Was hast du hier eingestellt? Nein, du, aber mach auf C. Ja, tschüss mal. Ähm, Yuzi, bist du noch mit... Lernerklar? Bin ich noch mit ihm befreundet? Junge, kein Wunder. Guck mal, die Taste ist komplett falsch hier. Du beeil dich. Du hast noch 10 Sekunden. Auf C, C, C. C war doch schon vor eingestellt eigentlich. Keine Ahnung. Wollte ich jetzt nicht riskieren. Junge, passt halt einfach eine Kontrolleinstellung an. Ja, du musst doch dran denken. Ja, ich hab jetzt gar nicht daran. Das erste Spiel, Junge, muss ich wissen. Junge, Alter, kein Wunder. Oh, was wird hier aus dem Ball? Junge, das Spiel endet... Roberto Firmino. Der geht nicht rein. Oh mein Gott, ey, der war krass, der da. Junge, das Spiel endet 4-1. Der war heftig. Ich sag euch, das Spiel endet. Hau es hoch. Ich frag mich schon, ja. Ich dachte, er ist gut. Leider liegt einfach an dem Controller die ganze Zeit. Ist der Stream weg oder was? Ich weiß nicht, Leute. Sind wir noch online? Wahrscheinlich wieder schlechte Stream-Ausgabe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber wird bestimmt gleich wieder besser. Komm schon. Komm, komm, komm. Zack. Und jetzt? Verarschen. Da lang. Rein! Oh, schade. Da war das ja überhaupt der Spieler wieder. Weiß ich nicht. Da steht Stream, aber der Live-Button ist jetzt wieder... Für... Das ist sehr, sehr seltsam mit diesem Stream. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich muss mir das nachher mal angucken auf jeden Fall. Das kann ja nicht so laufen, wenn der Stream mal wieder ausgeht. Aber Leute, jetzt die Leute da sind, wenn der Stream kurzzeitig ausgeht, nicht wegschalten. Immer dranbleiben, weil es geht dann immer weiter nach ein paar Sekunden. Also es steht schon mal 2-1. Sag doch, guck mal, wie leicht das ich jetzt verteidige. Moritz, wenn du noch da bist, du hast auf jeden Fall Glück. Also bis jetzt liegst du richtig. Das wird höher. Ich muss mich enttäuschen. Selat macht hier eine Ansage und sagt, das wird höher, Moritz. Also sein Sieg wird auf jeden Fall höher werden. Oh, der Ball ist abgefangen. Außer ich mach Zeit, ich will nicht wahr sein. Was ist, wenn du jetzt hier das 2-2 kassierst? Zack, stark. Was? Oh, starke Grätscher. Und jetzt könntest du ihn natürlich auf William durchstecken. Aber William wird auf jeden Fall geblockt hiervon. Ramos. Ja. Hat der Ramos hinten? Ja. Laber mich. Aber ich bin zum Beispiel Borateng stärker als Ramos. Das Ding ist, Ramos ist körperlich auch übertrieben. Ramos ist auch körperlich ein Biest. Und gegen William? Ja, William ist schneller. Wenn William aber durch ist, einmal ist auch kritisch für den Gegner. Oh. Oh. Oh, junger Alter. Okay. Ich hätte mich auch am schön sagen. Oberme, 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 Oberme. Kemen. Zack. Murat sagt, was ist, was ist mit mir? Ich hab 2-1 gesagt. Hast du auch 2-1 gesagt? Dann mal gucken. Vielleicht. Ihr meint doch die Halbzeit 2-1 bestimmt. Ja. Ihr macht auf Dings. Auf Übertore wollt ihr wetten. Wollt ihr hier ist einfach Tipico gerade. Wer will tippen? Ich wollte eigentlich auch einen Schein machen heute, ja. Wegen Länderspiele. Was ist denn das, Mann? Ich muss eine andere Formation machen. Das passt hier grad nicht. In der Halbzeit. Das Ding ist, also... Das Ding ist, er kommt auch nicht voran, aber ich grad auch nicht. Das ist grad voll das ekle behindertes Spiel. Ja, jetzt bist du, jetzt bist du gefährlich. Jetzt komm ich aber vorbei. Zack. Zack. Und jetzt musst du ihn noch reinbringen. Ah, schade, schade, schade. Was, Abstoß? Unmöglich. Doch, doch. Du warst als letzter dran. Ich hab's gesehen. Aber ich glaube, den könntest du behaupten, William. Fehlt Hazard einfach, Mann. Hazard. Komm schon! Nein, was... Ey, ich will, dass du dieses Spiel jetzt gewinnst hier. Wir müssen auf jeden Fall einen Sieg holen. Oh. Warte. Ich glaube, er spielt jetzt in die Mitte durch. Nochmal. Und jetzt wird er schießen. Aber Courtois ist da. Das ist keine Schütze. Das ist einfach nur für die Statistik hier. Oh, Evelyn TV. Ja, Mann. Das waren geile Zeiten, wo ich Ronaldo gezogen hab. Überhebte. Hoffentlich ziehen wir ihn wieder bei FIFA 17. Aber es ist schwer. Bei FIFA 17 was Gutes zu ziehen, hab ich so das Gefühl. Ich hab zwar Pogba und so schon alle gezogen. Warte mal ganz kurz. Diese Spielerausgabe ist grad krass. Und... William, Alter. Da macht der das Ding. Da macht der das Ding. Was für ein Angriff, ja. Guck mal, Moritz nennt sich selber Legende. Moritz, Junge. Er ist wirklich... Guck, am Anfang war ich auch auf Moritz Seite. Moritz. Is da. Oh, Mann. Bin seit... Achso. Obame, Obame. Obame, Obame, ja. Was hat der für eine Aufstellung hier gemacht überhaupt? Kein Wunder, dass es so ekelhaft ist. Das werden wir jetzt ganz kurz bekämpfen mit einer anderen Formation. Ah, ich hab so ein Muskelkater. Unglaublich. Unglaublich. Guck jetzt Formationswechsel an, was es bemügt. Ich werd ihn jetzt rasieren. Ich hab seine Formation angeguckt. Meine angepasst. Ja? Ja, Mann. Er wird jetzt keine Chance mehr haben. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob er wirklich keine Chance mehr haben wird. Er macht einfach einen anderen Trick. Und jetzt kommt Roberto. Und jetzt kommt Abziehen, Junge. Eigentlich müssen sie kurz... Das Ding ist, ich darf nicht in die Zweikämpfe kommen, weil er die besseren Spieler, die Zweikampfstärke sind. Von was, von was redest du jetzt? Von Abwehr oder? Ja, ja. Naja, du musst halt über Schnelligkeit kommen auf jeden Fall. Meine ich ja. Ich muss ein bisschen so weg von ihm. Du brauchst Platz. Guck mal, Kanteh ist schon da. Kanteh ist einfach ein Biest. Boah. Nein. So hoch einfach, ja. Oh mein Gott. Ich wollte ihn genau, dass er so da rüberköpft, ja. Come on. Er spielt den Pass, er zieht nach hinten jetzt. Und jetzt spielt er hinten. Er ist frei. Costa ist frei. Oh mein Gott, wie meine ich. Shaw hat ihn grad richtig geblockt, ne? Ja, aber das war klar, dass Joe Hart da rankommt. Das war voll die dumme Flanke. Joe Hart? Das war ne dumme Flanke, sag ich. Aber was für Joe Hart? Äh, Courtois. Ja, neben doch nicht Joe Hart. Wir haben Courtois am Tormann. Keine Ahnung, ich kam auf Joe Hart irgendwie gar nicht. Was war das für ne Flanke? War nicht mal ne Flanke, er hat's einfach gemacht, schwöre. Ich hab X gedrückt. Kanteh ist aber schon krass, oder? Sei ehrlich. Ja, natürlich. Guck mal, sein Kanteh ist ja der 86er Kanteh. Das musst du dir auch mal bedenken. Spielt der überhaupt? Ja, sein Kanteh spielt. Aber er hat ihn ausgewechselt. Ich glaube, er hat ihn ausgewechselt. Nein, nein, das ist Kanteh. Kanteh hat so einen kleinen Rosinenkopf. Seinen Kopf sieht aus, sogar eine Rosinenkopf. Guck jetzt Depay, wie er schießt. Scheiße, Mann. Guck mal, merkst du das? Diese Entzonsi und so, Mann. Die müssen einmal ausstrecken, Fuß, Ramus und so. Ja, Digga, das sind einfach Biester. Aber dafür hat er nicht so viel Offensivkraft dadurch. Eigentlich schon. Mit Entzonsi? Mit Riebmann. Ja, gut. Aber von diesem Mal hab ich jetzt auch nichts gesehen. Ja, mit mir. Weil er mich damit nicht beeindruckt. Nein, nein, er kriegt dich 100 Prozent. Oh! Niemals. Vernascht. Ey, was war das aber für ein Tor? Wieso schießt er den nicht? Ja, es war ein Schuss. Lass mal kurz laufen. Ich hab geschossen mit der Hacke. Guck mal, das war ein Schuss, aber er hat ihn nicht getroffen. Traumpass. Ein ungewollter Traumpass. Ragequit. Jaaa, Sit-Up-Gorilla-Hände. Guck mal, mit was für deinem Team er Ragequitet, Junge. Guck mal, ja. Es ist schon peinlich mit so einem Team zu Ragequitten. Ging ein ganz normales Standard-Team. Ging ein ganz normales Standard-Team. Das ist immer kurz unser Team. Ich glaub. Erwie wollte gerade unser Team. Das ist unser Team. Ich spiel das bisschen anders. Also ich spiel das hier vorne. Ging ein ganz normales Standard-Team. Ragequitten. Das ist so peinlich. Ja, du hast ihn grad wirklich, du hast ihn, du hast ihn grad seine komplette Zukunft zerstört. Ja, ja. Moritz auf deinen Nacken immer. Ja, wenn du bezahlst, Moritz, dann sind wir dabei hier oder auf den Döner, du. Ich tue was ganz feines, du auf den Döner, du. So, ich nehm' Roberto Femigno raus und stecke hier. Was? Er hat doch die wunderbare Hacke grad gespielt. Ja, Junge, seine Hacke war kacke. Ja, du hast 4-0 oder so 4-1 verloren davor und willst wieder diesen Schweißrein in den Spielerrein machen. Man muss etwas riskieren. Never change your winning team heißt es, nicht ein losing team. Nein, das heißt, never change your winning team. Und ich hab schon mit denen sehr viel gewonnen. Nein. Pablo Mettex. Ey, lass doch mal jetzt gute Spieler kaufen, Mann. Hä? Lass doch mal jetzt kaufen ein bisschen was. Wir können doch keine Spieler kaufen. Warte mal, lass mal erstmal hier ein Team bauen. Nein, das dauert lange, Mann. Ja, das dauert zu lange, stimmt. Ich sag's dir einfach. Wer will, wer wollte noch mal einen 30K-Team oder so? So, mal sehen, was unser Gegner jetzt hier bieten wird. Auf jeden Fall sein Trikots. Nein. Nimm deine Trikots, ey. Nimm deine Trikots, ey. Nimm deine Trikots, ey. Glaubst du? Wegen den Trikots. Wieso? Warum denken Leute, dass Leute gut sind wegen den Trikots? Okay, sein Team ist nicht so. Okay, scheiße. Okay, Lukaku, ich weiß halt nicht. Also wenn er mit Carrasco durchkommt, ist Manea auf der rechten Seite? Also scheiße. Außer er. Außer... Die Beine sind gefährlich. Pass auf, nur auf die Beine. Aber guck mal, er hat hier Dings gepusht. Ja... Was soll Moscherano hinten machen? 100K-Team. Welche Formation... Und... Welche Spieler... Welche Liga oder so? Was magst du? Oh, ich muss dir meine Einstellung ändern, ja. Junge, ich schwöre... Ich... Rennst du auch mit R1, aber? Ja, schnell. Nimm ihn einfach jetzt und mach starten. So... Als ich deine Einstellung hatte, meine ganze Abwehr läuft einfach raus. Ich... Schau dir, was macht er. Weil bei dir ist dieses andere, zwei Spieler aufeinander... Du weißt doch, wenn man einen zweiten noch mit holt. Ja. Das ist bei dir das, was bei mir zustellen ist. Achso, okay. Okay. Und ich wollte eigentlich nur zustellen, aber hab die ganze gepresst, ohne es zu merken. Die laufen die ganze Zeit raus. So, Leute. Mal gucken... Einmal kommentieren, was ihr glaubt, wie dieses Spiel enden wird. Ich bin mal gespannt. Ich war im letzten Spiel echt nicht in Form. Mal gucken, ob ich... Also manchmal, wenn ich eine Losing Streak hab, dann ist es bei mir wirklich kritisch. Dann verliere ich auch gegen die größten Lappen. Okay. 100. Ich guck jetzt, Evelin. Mit einer App aber. Dann musst du es dir aufschreiben oder so. Kommt der? Kommt der? Ahhhh. Schade. Das hasse ich, ja. Wenn man den Gegner den Ball abnimmt... Ohhhh. Nein, nein, ist nicht. Wenn man den Gegner den Ball abnimmt und dann kriegt er wieder den Ball. Das kann ich nicht leiden. 3 zu 1, sagt Moritz. Für? Für dich bestimmt. Ah, er spielt... Aber er spielt gut. Oder für René, ich weiß gar nicht. Der Gegner spielt auf jeden Fall gut, muss man sagen. Er ist irgendwie mit so viel Mann vorne. Eigentlich müsste ich auch... Mann, alter, komm. Guck mal, guck dir das an. Das ist das ekligste, was passieren kann. Ich komm grad gar nicht raus, der dort, ja. Er ist... Er deckt so heftig gerade. Ah, das ist ja doch gut. Ja, das ist schon gut, ja. Er sieht wirklich auch besser aus als der andere davor. Ja, das Pack Opening war schon gar nichts. Ja, wir haben echt... Es... Tut weh, so ein... Oh, jetzt wieder Speak Hack. Ich hasse das. Evrim... Äh... Bist du auf Xbox oder auf Playstation? Ey, Mann, bleib du nur stehen, du. Junge, Moritz ist richtig Dings, alter. Man hat richtig Welle. Er sagt, schreib mir alle Hashtage Yuzi und so. Hm. Plane. Ey, ich krieg grad wieder einen Longshot. Ich krieg nur Longshot-Tore. Arda! Junge, die Wahrscheinlichkeit, dass Arda ein Longshot-Tor macht... Ich krieg nur Longshot-Tore, Leute. 1 zu 1 Million, dass Arda ein Longshot-Tore macht. Ich kriege nur Longshot-Tore. Longshot-Tore. Ich glaub das nicht, ja? Junge. Von Arda ein Longshot-Casino ist schon... Fail. Okay, er hat schon was drauf, aber... Es ist nicht unschlagbar so, weißt du? Das ist die Sache. Aber... Junge, nerv nicht jetzt, du. Guck was er macht, ja? Siehst du das? Siehst du das? Arda. Siehst du das? Aber dann echt, was soll man dagegen machen? Keine Ahnung. Du hast ihn stressen, ja? Bei ihm. Er will, dass du so presst und rausläufst. Guck mal, er geht auch nicht auf den Ball, ja? Du hast recht. Aber das Ding ist... Du musst genauso verteidigen wie er. So abwartend. Er macht auch die ganze Zeit diese komischen Stricks. So, guck mal, das hier. Siehst du? Wenn du draufläufst, macht das Lücken. Aber er ist auch sehr aggressiv dann in seinem... Guck mal, er wartet halt richtig, ne? Das ist die Sache. Er wartet halt richtig, dass ich angreife und er kommt nicht einmal raus mit seinen Spielern. Ja, das musst du auch machen. Ich verstehe gerade nicht. Ich muss ein bisschen links gucken und chatten, was sie so sagen. Um was geht? Komisch, und dann kannst du ja animieren, sowas zu sagen oder so. Moritz schreibt, Junge ich und GermanTV sind Trüdinger Ghetto-Kinder. Trüding liegt bei Nürnberg. Was ist Trüding? Ein Ghetto. Krass. Krass. Was geht? Grüß mich, Alpi. Meint ihr, er dreht das Spiel noch? Wird schwer, da ging das gut, aber ich hab wieder so zwei Tore kassiert. Du musst Formation ändern. Ach, die Scheiße. Und wieder, aber. Nee, glaub nicht. Aber guck mal, er ist nicht einmal, er ist nicht einmal im 16er, Leute. Er ist nicht einmal im 16er. Er schießt nur aus der dritten und zweiten Reihe. Ey, Courtois ist nicht gut in die Longshows abhalten. Courtois krass auf der Linie und krass im 1 gegen 1. Aber er hat nicht, er kommt nicht runter und er kommt auch nicht so schnell hoch. Guck mal. Was tun wir? Ich weiß nicht. Er schießt platziert vielleicht einfach. Was hat das mit platziert zu tun? Da kann jeder so spielen. Ist doch kein FIFA dann. Einfach nur aus der dritten Reihe raufballern. Was das, ja, ne? Hau hin! Ja. Ist schon hart. Muss ein bisschen hoch. Realistisch bleiben, Arne. Was ist das? Aus der dritten Reihe kommt er mir so. Guck mal, was er im Pass spielt, ja? Ich schieß einfach nur irgendwie. Zweite Halbzeit, ich glaub das nicht. Ich mach grad hin für diesen einen, ja? Ich will jetzt, ich will ihn jetzt besiegen. Geht doch nicht, aus der zweiten Reihe schießt er die ganze Zeit. Und, Mann! Er ist natürlich, natürlich faul! Natürlich ist bei ihm faul! Er versuch' direkt. ich kann mich gegen diese leute verteidigen wieso dieses dings machen weißt du dieses stehen bleiben spielt das hier ich kann nicht dagegen kann ich nicht verteidigen wie ich weiß ich drücke zwar ich habe ein spieler geht halt nicht rauchen sein spieler weg was kann man dagegen machen da darf man einfach nicht rangehen weil er will dass du rangehst ja aber wenn ich nicht rangehen kann er schießen nein du musst halt hier die abweck hätte halten du musst nur mit kante und einfach die ganze dran mit kante aber nur mit der anderen nicht und verletzter spieler solche spiele habe immer ich krieg die immer aus der zweiten reihe rein man ist mein zweites spiel und wieder aus der zweiten reihe macht ihr mal fertig bitte ich leute ich will ich will einfach nur dass sie das jetzt meine einstellung verändern ich fasse es nicht ja immer aus der zweiten reihe leute das ist so bei fifa ist bei mir so eine sache einfach die leute schießen einfach die müssen man nur kreis drücken und die treffen die treffen einfach wenn die nur kreis drücken ich will ja es für auf jeden fall dass es fertig macht also deswegen habe ich auch abgegeben eigentlich gebe ich nicht ab eigentlich spiele ich spiele zu ende aber es hat mich aufgeregt dass der junge hier hat auf start gedrückt und wenn jemand auf start drückt dann heißt das so viel wie du kannst jetzt aufgeben so ein auf den muss noch einmal ändern und auch schon kurz was auch individuell unglaublich so was unglaublich wirklich 3 0 ist halt auch schon schwer kommt drauf an wenn du gut gegen ihn klar kommst ja trotzdem 3 minuten wo muss ich hin nach da rechts wo ich dich schon anfängt komm jetzt los wedert siehst du dieses pressen das gibt es doch nicht ja man kommt nicht an den ball ran war doch aber nein er spielt ihn wie seltsam ich weiß nicht was bei ihm so hast du hast gehört wie oft ich gedrückt habe damit er flach macht ja unglaublich 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 wirklich unglaublich guck mal der ball muss auch ins aus alter der wechselt nicht aus man warum geh ins aus jetzt krass ich dachte krass ich brauche jetzt unbedingt ein tor sonst wird das nichts wer ist das denn so damals war die alber kein wunder war mich schon wieso macht tut sich rocker so schwer guck mal er hat den r1 longshot dings gemacht hast du gesehen also r1 lauf passt niklas fragt nicht man ich habe wirklich drei toren waren drei longshot toren und ich habe bisher zwei spiele gemacht und in den zwei spiel nur longshot tore kassiert aus der zweiten und dritten reihe und ist es einfach absolutes chaos und jetzt habe ich ihn gerade spielen mal gucken ob er gegen ihn besser klar kommt weil manchmal hat man so einen bogen drin oder so ein wurm dann geht es einfach nicht weiter komm jetzt mach ihn fertig komm schon ja man erst behindert hat den folge einfach so verstolpert dem ball der sparte ich sage das moment um irgendwann manchmal weil fifa ist komisch du schießt sein spieler an und der kommt perfekt als passt zu sein zu seinem spiel wieder zurück ich wollte ihn nicht mal anspielen ja ich wollte den anderen anspielen ich glaube das wird auf jeden fall nichts mehr ich glaube das wird auf jeden fall nichts mehr dieser typ hatte nicht mal so ein heftiges team gehabt aber trotzdem geh doch rein jetzt mal okay eins du hast 20 80 ist zu spät ja glaubst du ich weiß nicht vielleicht schaffst du das vielleicht schaffst du das komm schon komm schon bitte bitte macht den scheiß macht den scheiß jetzt fit hier wenn du jetzt noch ein tor schaffst du nächsten angriff noch könnte man du hast den ball noch man das ist einfach scheiße er dribbelt gut ja er wird jetzt so oder so grätschen die ganze zeit paul was ich war durch einfach mit wer was wenn er tritt einfach in die hacken rein ja unglaublich ja jetzt kannst du auch ein tor schießen wirklich nein wo kommt der pass denn hin der ist noch heiß der wird aber nicht mehr gehen selbst wenn du guck doch mal die minute das gibt es nicht alter zu wenig zeit aber er wird jetzt auf jeden fall nach hinten ein zeitspieler leute ein zeitspieler vor allem alle applaudieren guckt euch diesen spasti an bitte nehmen du wächst aber hier guckt euch diesen spasti an einfach zuerst mal auf cool tun und danach in den Hosen kacken weil du zwei gegentore kassierst ja so ein anti anti alter wirklich so macht zwei longshots gegen mich egal kommst du ja das nächste spiel gewinnst du los sag ich hau weg die kacke unglaublich mann alter wirklich da mach man nur so ne sch FIFA kann einfach nur aufreden Junge hätt ich nur 5 minuten ja ja 5 minuten ja der hat es schon eingekackt der Junge natürlich wenn er Zeitspiel macht kackt er sich ein er sagt ich habe einen Longshot von Umtiti aus 30 Metern umtiti umtiti verteidiger umtiti umtiti mal gucken wie sein Team ist jetzt wenn er es schlecht was er so lange braucht und überlegt ob ich gut bin oder nicht oh mein Gott scheiße ok er hat mich verschätzt oh mein Gott das ist nicht diese rote Karte das der von links bekommt den habe ich und den habe ich auch und den auch und den und den habe ich auch den 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 die habe ich Leute gönnt euch mal dieses Team einfach aber ich will 93 93 93 43 Wenn du mit gut delivered klar kommst ich hab' ihn ich hab' ihn Spiel doch pass Junge Cante ist Die können nicht verletzt werden hier Manchmal sind die so heftig verletzt weil man sie direkt auswechseln muss management hier nicht gibt es nicht haben die ausgeschaltet das gibt es ja also die können sich verletzen aber ich könnte speziell nicht spielen so weißt du haben die extra eingestellt und will ja schade er ist seine verteidigung ich habe seine verteidigung gar nicht anguckt italienisch kellini alexander und er sagt 30 30 für sedat oder drei für den gegner hatte er an damit inform oder normal ich weiß nicht ja weil inform ist der unglaublich da drüben was macht er legt sich hin beim passen schwer durch was macht er das gibt es doch nicht so stark gesehen sagen 30 ich glaube die meinen 30 für dich man muss man schießen die bei dir nicht aus deutscher entfernung bei mir würde jetzt hier schießen und der würde reingehen von da würde ich nicht mal bei mir würden die nicht mal um 16 erschießen und er würde reingehen einfach für wen 30 für leute für wen meint ihr 30 für sedat oder für den gegner 30 aber wer ist b peres oder so ist hinter dir keine ahnung ob der er ist schnell ja der wichser peres ist schnell deswegen oh der könnte ich mache jetzt auch diesen und dann hier hier und er kriegt ihn natürlich mit vier linien guck mal das ist scheiße bei willian ja was denn mein körper ist weg ja wenn er ein bisschen mehr körper hätte wäre er glaube ich teurer und hätte eine bessere bewertung hä sorry willian ist er daran faul nein golan hat er auch wann hat er nein golan wir sagen es für dich ok gut mal gucken ob du den jetzt kommt gleich der longshot von da ging es ja jetzt kommt der longshot du da kommt er nicht hin an den longshot wadi ist ich weiß nicht ob wadi das schafft wadi hat zum beispiel körper aber nicht so gegen gelini wieso er musste faulen ich mach R1 dann hast du Dings bessere Druck warum kann ich jetzt nichts machen R1 Schürze wechseln ich wollte Dings ja ich kann keinen auswählen ja mach einfach ey muss ich noch Controller einstellen nein wieso konnte ich denn grad keinen anwesend das verstehe ich nicht ah schaffst du das ja und hier ja ich müsste jetzt schießen ich müsste jetzt schießen und jetzt ach schade ach vielleicht oh der kommt ganz ok nein der wird jetzt georben und hier bei ihm oh mein Gott Bayley Bayley oh ich dachte der geht rein guck mal da wusste ich zum Beispiel nicht dass es Bayley ist weißt du ich hätte das gewusst hätte ich nicht geschossen aber ein anderer hätte sich nicht anspielen können doch ich hätte kurz warten können naja ich weiß nicht das meine ich ja ja ich muss da wissen wer das ist ich weiß ja nicht oh man was ist das das muss ein Safer-Sieg sein das muss ein Safer-Sieg sein das muss ein Safer-Sieg sein der hat krasse Spieler ich weiß nicht ja er kann aber nicht kommt er gar nicht nach vorne wegen mir ja er hat das versucht klar es ging nicht doch doch aber ich hab zu spät gepasst und so nein wenn Dings einmal durch ist alter hier kommt gar keiner durch da da rechts rechts rein er wird schießen hier kommt überhaupt keiner durch er kriegt dich nicht so jetzt mann er wollte ihn in die Spitze spielen anstatt nach außen wie ich es will ja nein jetzt aber guck mal er schießt nicht ja aber er hat ihn grad vorgelegt deswegen was kommen jetzt alles für FIFA-Videos auf dem Kanal ähm ganz normale FIFA-Videos also nichts halt so was kann man machen Weekend-League-Spiele oder Pack-Openings und Spiele gegen andere Leute wie gesagt der Kanal ist halt noch ziemlich frisch also wir gucken noch so was wir am besten bringen was die Leute am meisten wollen mal sehen komm jetzt krieg ihn ah faul ey wenn das kein faul ist wirklich ich wollte schon sagen ey ich kann jetzt diese Freischüsse ein bisschen ja aber diese so direkt meine ich aber direkt ist zu weit weg 34 Meter ich muss mal gucken mal ein wenig wieder dafür walker schusskraft depai was für walker er hat sogar freisch spezialist oh mein gott er nimmt den direkt hast du gesehen der wieder kommen werber der war nur ein bisschen zu lasch oh ich hab hier hinten ein Haar ja bei mir nicht richtig mein gott man guck mal das hasse ich ja wenn die Leute sowas machen im Strafraum depai 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 guck mal warum kommt der so warte schießt mit ihm walker hat auch schusskraft ja walker kann besser als kantier schießen auf jeden fall ja aber beide nicht gut genug oh mein gott ey bist du sicher dass das übernimmt die Einstellung ja drück mal x wenn du wenn du dings machst so wenn du dieses tackle machst mit x abseits oder was mein gott alter ja aber das sah was die eine chance jetzt hier er pfeift ab ich werde hier safe durch gerade ein schuss hat er so gesehen ein schuss ja guck mal aber was das ist ein skandal ja ich sag wo fifa ist manchmal komisch einfach ist einfach egal der scheißding noch zack jetzt fängt er an zu tricksen weil er 1-0 führt ja wie mich sowas aufregt er behindert er hat nicht einen Trick gemacht und das ganze Spiel jetzt macht er auf einmal einen Übersteiger und so oh guck mal ja was er denkt jetzt er ist gut wenn der reingeht der war schon gut der war schon gut ich weiß nicht ich weiß nicht man sowas verteidigen soll ja muss man das hier lassen ich weiß nicht wie willst du das verteidigen sei mal ehrlich man kann es verteidigen aber das war einfach gerade behindert weil er denkt jetzt auf einmal ist Cristiano Ronaldo geworden schieß du was machst du aus Versehen geschaffen unglaublich er hält ihn da einfach auf der Linie her was soll ich dazu noch sagen hat er genau 2 Schüsse und 2 Tore wie mich sowas aufregt sogar 2 Schussversuche nicht nur Schüsse sondern auch Schussversuche das ist das lächerliche Feminio aber ich glaube du bist abgedrückt okay doch nicht Mann er will die wollen nicht flach flanken ich glaube der wäre flach gekommen nein er wollte ihn hochspielen ich schwöre schon wieder ich drück 100 mal rauf wie auf den muss man denn drücken er macht ihn er wird den so rüber spielen oha welcher Spieler warum hat Walker da so wenig Tempo bekommen ja ja come on man ich brauche jetzt ein Tor sonst wird es nichts mehr genau jetzt er legt ihn sich einfach vorher ich raste gleich aus gibts doch nicht okay du hast den Ball da da rein er kriegt ihn nein unmöglich ich war durch ich war durch sehr sehr kritisch sehr sehr kritisch er spielt ihn einfach rüber ins ja geil das war gut wichtig ich darf kein drittes Tor aus ihm jetzt konnte nimm ihn doch einfach ja das war so ein dumm von ihm eigentlich über dumm aber er hat einfach Glück dass er den Ball da noch irgendwie bekommt Schermode geht rein Schermode wäre einfach reingegangen hast du vorgegangen? was willst du ändern? stellst du eigentlich immer links um? hm stellst du immer um die wenn es nicht läuft wenn es nicht läuft so warte mal wie lange habe ich noch zack 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 oder nein man Depay muss er rein oder? Depay Wadi mann gar kein Zeit mehr gehabt ich muss jetzt nochmal kurz wechseln tja leute wie es aussieht wird Serrat hier dominiert Abbas jünger hat zwei Schüsse ja bei mir war doch auch so bei mir hatte er auch drei Schüsse das nennt man doch nicht dominieren wenn er nur mit zwei ist sind zwei Behinderte egal jetzt wird er sehen ich weiß einfach nicht wie ich jetzt hier aufstellen soll ja was? ich weiß nicht wie ich aufstellen soll come on jetzt komm es ist jetzt noch paar Minuten Zeit aber der kam gut wer ist hinter dir? Manolas das kann nicht wahr sein ja nicht mal durchgekommen beim ersten Spieler die blocken sich selbst ja 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 lauf man dir krank du Wichser provoziert einfach dass man presst hä wo war das bitte Ecke guck mal was er macht du hast Foul ich muss Wadi raus machen er nervt mich gerade mies Wadi? für wen denn? Origi? für wen denn? Origi? oder Lallana nein auf jeden Fall sowas regt mich auf sowas regt mich auf was ist das für ein Pass er hatte sogar noch er ist erstmal zum vorderen gegangen und hatte dann noch Zeit weil der so kacke war der Pass zum hinteren zu locken den Ball zu nehmen nehm ihn doch jetzt Mann Musa was ist das für ein Schuss von Depay oh mein Gott kann nicht sein dass es hier immer noch 2-0 steht dass es überhaupt 2-0 steht komm doch jetzt Mann jeder Angriff Eckfahne kann man noch nicht laufen man muss doch immer durch die Mitte laufen außer man macht Zeitspiel jedes Mal diese hässliche Hackentrick nach hinten da und nur um Zeit zu sparen doch du du musst jetzt so machen scheiße alter ich brauche ein Tor ich schwöre er wird nervös dann ich brauche nur das eine einzige Tor ja davor habe ich es auch geschafft das ist Bailey ja Kante war jetzt nicht mehr ja was sucht denn Bailey hier ich hab dir gesagt dass er das ist ja ich brauche einen anderen da dann ist das Tor er hat einfach Glück dass Bailey da den Ball hat fau geil ja kriegt ihn nicht wer ist das Musa wenn der nicht drin ist es vorbei schrägte den hässliche Abwehrspieler schrägte den wo mein so aber wie soll es denn ja ich glaube der wäre auch schlecht also der wäre auch schwer durchgekommen der wäre safe angekommen der wäre safe angekommen ja glaub es mir er hat einfach die stärkeren Spieler was ist das denn was ist das denn passiert jetzt hier keine Rote Alter er drückt nicht mal bei der Karte gerade ja wie er mich aufregt jetzt läuft doch mal einer ja läuft doch einfach ein es läuft ja nicht mal guck mal guck mal Musa an guck mal Musa an da ist er jetzt ja er kriegt ihn nicht da hin das gibt es nicht ja es läuft ja nicht mal das ist kein Problem du keiner läuft ich kann nicht anspielen ich muss einmal rumlaufen weil sich keiner richtig anbietet ja jetzt schießt den verfickten Ball rein du Hurensohn der neunzeste Minute erst das kann nicht wahr sein ja in der neunzesten schon wieder so ein Tor nach 100 Angriffen und der Ball geht jetzt safe nach hinten von ihm was guck mal hast du das gesehen ich krieg den Ball und der kommt genau zu einem anderen Spieler ja das kann einfach nicht wahr sein ja du verfickter Hurensohn natürlich press ich ja das passiert nur weil ich pressen muss oh shit er berückt nicht ja hat der Pause gerückt hat hat der Pause gerückt hat kann ich das ist doch dumm wahr neunzeste Minute sowas zu machen ich werde jetzt laufen lassen das ist doch für ihn selbst dumm warum das ist neunzeste Minute ja ich glaube wir machen gleich mal ein bisschen Pause mit FIFA okay Leute das Spiel war allerdings wir kommen morgen noch mal online wir machen erst mal Pause mit FIFA wir werden wollen wir kommen mal hier wir müssen ja die Stadt guckt ihr seine Schütze an drei ja wir sind morgen wieder am Start Leute solche Gegner ihr seht es gerade wir haben echt nur solche ekelen Gegner wir müssen erstmal Pause machen aber wir sehen uns wieder morgen sind wir wieder am Stream am Start mal gucken ob wir jetzt noch ein paar Spiele machen offline aber wir werden sie sehen aber wir wollen sie wieder auf drei aber wir wollen sie wieder auf drei